Herzlich willkommen bei einer neuen Serie Praktische Theorie. Was will ich hier? Ich möchte in möglichst kurzer Zeit euch Theorie vorstellen, die ich dann in den Lerne-wie-ich-denke-Videos vertiefe. Das heißt, ihr versteht ganz genau, wie man Stellung behandelt. Wichtig, wir wollen die Stellungen verstehen und einfach das Nötigste an Theorie liefern, mit der man in der Praxis sehr gut scort. Also ich wähle Varianten, die gut scoren, aber keine Trickvarianten, die müssen stabil sein. Und dann möchte ich, also versuche ich genau in diese Varianten zu kommen, in den Lerne-wie-ich-denke-Videos. Das heißt, ich spiele ein Repertoire, das ich euch liefere. So, wir starten hier mit dem ersten Video, nämlich, wie spielt man gegen Jobava London? Das ist eine Frage, die kriege ich relativ häufig. Also Londoner System mit Läufer 4, habe ich auch einiges hier schon geliefert, wie man dagegen spielt. Springer F6 gibt es auch schon eigentlich ein sehr, sehr gutes Video dazu. Muss man nicht groß neu machen. Vielleicht werde ich das trotzdem noch mal ein bisschen verbessern, aber schaut euch das gerne an, also wie man gegen Londoner System spielt. Aber Londoner System wäre der Aufbau mit E3 und C3. Jetzt ist aber im Moment wirklich sehr ein Trend, weil also es gibt super viele YouTuber und auch Chessable-Kurse, die das empfehlen hier, dieser Zug Springer C3. Das ist das Jobava London-System und man kann hier wirklich reinlaufen. Wenn man jetzt hier ungenau spielt, Beispiel Springer C6, dann steht man nach Springer B5 schon schlecht, weil man Probleme kriegt. Nur als Beispiel, aber die weißen Spieler haben ganz viele, viele Pläne. Also, Tashi auch da haben wir die zwei lange Rochade. Also, ich kenne einige Spieler, die hier drauf gewechselt sind. Man will auch sozusagen gegen diesen Läufer häufig irgendwie mit einem Bauernsturm spielen. Also, für weiß ist diese Öffnung eine schön tricky Variante. So, ich habe mich, als ich auf der Suche war, übrigens erst vor Ende letzten Jahres, nach einer wirklich bissigen Waffe dagegen, habe ich mich umgeschaut, so auf Chess Publishing. Das benutzen sehr, sehr starke Spieler für Öffnungsvorbereitung, weil dann auch von anderen Großmeistern die gute Kommentare da sind. Und dann sind eben so Empfehlungen auf höchstem Niveau. Das benutze ich als eine meiner Hauptquellen. Und dort hat sich herauskristallisiert, dass hier, also es gibt natürlich mehrere gute, gute Systeme dagegen, aber es gibt eine sehr leicht zu spielende Eröffnung, mit der man wirklich gut ausgleichen kann und auch Vorteile spielen kann. Die werde ich euch jetzt zeigen. Wichtig, das ist keine Triggeröffnung. Das ist eine Eröffnung, die kann man also auf jedem Level spielen. Der kritische Zug hier ist wohl C5. Man kann auch A6 spielen, aber C5. Und also immer, wenn man mit C5 spielt, sollte man also niemals davor Angst haben, dass der D-Bauer schlägt. Warum kann ich hier zeigen? Also zum Beispiel, also es sieht ja so aus, als ob der hängt, aber tut er nicht. Übrigens, wenn er nicht genommen wird, sind wir in den ganzen Hauptvarianten. Also hier wurde von 380 Partien nur viermal genommen. In der Meister-Datenbank hier steht Schwarz schon klar besser, so ungefähr ein Bauer besser nach dem Zug D4 zum Beispiel. Wir müssten nicht mal D4 spielen. Wir könnten E6 spielen, könnten einfach den Bauern zurückgewinnen. Auf zum Beispiel B4 Springer C6 steht man grandios mit Schwarz. Aber wir wollen hier auch schon präzise spielen auf das Schlagen, was vielleicht einige, vor allen Dingen Anfänger, machen werden. Dann spielen wir D4. Der Springer ist hier nach Springer B5 weg. Kann nicht hierhin, kann nicht hierhin, kann nicht hierhin, weil auf A4 ist er auch weg mit Dame A5 Schach. Muss also zurück nach B1 und jetzt kann man in der Stellung schon, also könnte man, muss man nicht, aber man könnte schon E5 spielen. Ist auch ganz witzig, aber ich rate euch einfach, E6 ist ganz simpel, wir holen uns den Bauern wieder. Und dann haben wir einfach mehr Raum und die Stellung spielt sich wie von selbst. B4, in solchen Stellungen würde ich euch A5 empfehlen. A3 kann nicht gespielt werden, wir schlagen und auf Bauer schlägt, hängt der Turm. Und ja, ungefähr eineinhalb Bauern hat Schwarz schon Vorteil. Also das wäre, das machen zwar, so Anfänger machen das ganz gerne, den zu nehmen, weil das macht ehrlich gesagt so Leute, die sich auskennen und die Leute, die Chubawa London spielen, kennen so die Tricks, die werden hier nicht nehmen, die werden E3 spielen. Und ganz kurze Anmerkung, aber da möchte ich schnell sein, weil ich möchte in dieser neuen Videoserie mich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. E4, diesen Zug gibt's, der wird fast nie gespielt. Der ist aber, also ist nicht so schlimm. Also beweist der gleich ungefähr. Also Schwarz hat, wenn dann, wenn hier jemand ein bisschen besser steht, dann Schwarz, aber die Stellung ist ausgeglichen. Hier rate ich euch einen sehr simplen Zug. Nehmt einfach raus mit Tempo, weil jetzt muss Schwarz nehmen, also relativ begrenzte Varianten. Und jetzt in der Stellung greifen wir die Damen einfach nochmal an. Springer C6 heißt also irgendwie, also wenn sie zieht, spielen wir D4, stehen ziemlich gut. Also zum Beispiel hier, da haben wir D2. Werden viele Spieler spielen, weil die steht gerne auf D2 mit langer Hochharde, spielen wir D4. Und ja, sehr, 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 sehr gute Stellung. Ungefähr drei Bauern besser. Liegt daran, dass, wenn zum Beispiel der Springer zieht, hier irgendwo hin, sagen wir mal da, okay, da hängt er direkt, also zum Beispiel hier hin, dann fressen wir auf E4 und wenn bester Zug in der Stellung E5 kommt, fressen wir mit Tempo und gehen auch gut nach Dame schlägt, König schlägt, schlägt, fressen wir uns hier nämlich hier weiter durch und haben mehr Material. Also hier in dieser Stellung nur ganz kurz nochmal, wo sind wir überhaupt? Hier, wir spielen C5 und falls E4 kommt, schlagen wir mit Tempo. Dame wird schlagen, wir spielen Springer C6 und einzig spielbarer Zug hier ist eigentlich Läufer B5 und auf Läufer B5 spielt er einfach Läufer D7. Nur als, möchte ich nicht verwirren, E4 spielt kein Mensch, aber das möchte ich einfach gesagt haben, damit es vollständig ist. Okay, kann man sich auch nochmal einlesen, falls man mal vorbereitet und sieht, oh, der spielt ja wirklich hier E4 und will einen überraschen. Passiert nicht. Also E3 spielt jeder. So, und diese Stellung hier ist, hier gibt es relativ viel, viel komplizierte Theorie, aber wir machen es uns sehr, sehr leicht. Wir schlagen nämlich auf D4, ist übrigens auch Engine-Empfehlung, mit Tempo, vereinfachen die Stellung, jetzt ist der Bauernhebel rausgenommen und ja, jetzt frage ich mal, was für eine Struktur sind wir hier so? Ja, sehen wir gleich. Also wir sind hier, wir sind in der Karlsbader Struktur, halb auf eine E gegen halb auf eine C-Linie, aber Einzug spielen wir noch automatisch, nämlich, das ist auch hier der Trick, warum wir nehmen einfach alles raus, was weiß, machen wir, wir spielen sich noch A6. So, A6 sieht sehr passiv aus, darf man nur machen, wenn man die konkrete Theorie kennt, ist hier aber also wirklich stark gespielt und das ist jetzt eine absolute Top-Variante, wer spielt das so? Giri, Lekuang, Aronian, Ding, Ding, Bock, Buda, Grishuk, also Nepomniachi, Ponomaryov, es geht ewig weiter, Navara. Hier, diese Stellung nach A6 ist wirklich, wirklich schön zu spielen, ich liebe die Stellung, weil die ist total simpel und vor allen Dingen hat sie auch bis mit A6, was ist die Idee von A6, also wenn wir jetzt hier Springer C6 spielen, dann kommt Springer B5 und dieser Springer B5 Zug nervt einfach die ganze Zeit und A6 ist sehr sinnvoll, nimmt dem Springer und dem Läufer das Feld und weiß steht ziemlich doof da, kann ich euch sagen, weil die weißen typischen Pläne funktionieren nicht mehr, es gibt keinen Bauernhebel aktuell und jetzt eben, in was für einer Struktur sind wir? Wir sind in der Karlsbader Struktur und eine Figur von Weiß steht sehr, sehr schlecht für die Karlsbader Struktur. Ja, genau, der Springer, der ist grauenhaft, der, hier will eigentlich ein Bauer stehen, dann haben wir die ganz normale Karlsbader Struktur, der schwarzer Plan, was ist? Ja, Minoritätsangriff, den machen wir auch so, also langfristig wollen wir mit dem B5 und B4 laufen und Raum gewinnen und der D-Bau muss irgendwann mal geschützt werden, also wir können den ja relativ häufig auch angreifen, mit C3 zum Beispiel und dann können wir mit B4 eine Schwäche schaffen, aber dazu mehr in der Videoserie über die Karlsbader Struktur, die findet ihr auch unter den Playlists, da habe ich das alles sehr gut erklärt, schaut euch das Video zum Minoritätsangriff an, wenn euch das interessiert. Okay, übrigens, liked das Video, ist eine neue Videoserie, muss geliked werden, das würde mir ein Zeichen geben, dass ich damit weitermache und mehr Öffnungsvideos liefere, aber wir kommen jetzt erst zum Eingemachten. Nach A6 hat Weiß die Wahl, zwischen dem mit Abstand häufigsten Zug Springer F3, würde ich sagen, ist recht harmlos. Wenn wir hier jetzt in die Spieler-Datenbank schauen, wird Springer F3 in ungefähr so 70% der Fälle gespielt und dann gibt es noch Läufer D3 und das sind die zwei Hauptzüge. Unser Plan ist eigentlich relativ simpel. Könnt ihr mal kurz überlegen, was will Schwarz machen? Das ist eine schöne Aufgabe, dann habt ihr viel von der Öffnung verstanden. Ich löse auf. Schwarz will eigentlich nur den Läufer irgendwie entwickeln und dann E6 spielen. Okay, der Springer, den können wir auch rausstellen. Können wir auch zuerst machen, macht man auch. Aber ihr könnt auch den Läufer rausstellen. Aber generell ist es egal, ob wir jetzt Läufer oder Springer zuerst rausstellen. Aber was wir machen, ist diesen Läufer unbedingt entwickeln nach F5 oder nach G4 und deswegen ist Springer F3 auch so harmlos, weil hier haben wir immer dieses G4-Feld, fesseln einfach den Springer und das ist eine ziemlich angenehme Stellung, zum Beispiel hier Hochhade und ja, okay, auf Hochhade könnten wir schon schlagen, Dame schlägt und auf D4 nehmen. Also sollte Schwarz sich, also muss aufpassen, ob der Läufer wirklich nach D3 will, weil dann D4-Bauer schwach wird. Springer F3 ist also, eigentlich den würde ich mit Weiß nicht spielen, aber ja, wir haben ziemlich viel Druck, sagen wir, es kommt Läufer E2. Jetzt würde ich sagen, ist Läufer G4 nicht mehr so attraktiv, immer wenn der Läufer nach E2 geht, würde ich den nach F5 stellen und jetzt gehe ich hier noch, also gehe ich hier noch in diese Variante, weil es gibt eine Sache, die machen Jobhava-Spieler besonders gern, nämlich Dame D2 und Langroch hier und das funktioniert in den anderen Systemen relativ gut, damit man sozusagen schön angreifen kann, wenn Weiß kurzrochiert. In dieser Stellung hier ist es ein bisschen anders, also sagen wir mal, also nur kurz, kurze Rohharde wäre hier so, Standardzug spielen wir E6 und unser Plan ist einfach hier mit Läufer D6 zu spielen, Schwarzfeldringe zu tauschen, also wir haben nichts gegen tauschen, weil umso mehr wir tauschen, umso weniger funktioniert der weiße Hauptplan, nämlich Königsangriff und wir können dann mit B5 und B4 sehr schönen Minoritätsangriff spielen. Denkt daran, wir sind schwarz und haben hier schon locker ausgeglichen, also wir schauen uns jetzt mal an hier, also wir stellen einfach den Läufer mal raus, entweder E5 oder G4 und machen zu, entwickeln den Läufer nach E7 oder nach D6 und rochieren kurz und dann stellen wir Turm auf C und B und laufen mit den Bauern, so das ist unser Hauptplan. Jetzt schauen wir mal, was machen wir, wenn weiß langrochiert, das ist nämlich noch relativ wichtig, weil das machen eigentlich sehr viele, ist aber sehr schlecht, also ist der falsche Hauptplan und dagegen haben wir, also machen wir genau dasselbe, wir spielen wieder E6, lange rochade und das Problem ist, das hat weiß also hier nicht wirklich verstanden, dass unser Angriff schneller ist, also jetzt auf lange rochade greifen wir wirklich brutalst an, also wir können auf die C-Linie nutzen, wir haben nicht die halb auf eine C-Linie, dafür hat schwarz die halb auf eine E-Linie und die nutzen wir für Angriff, haben einen guten Läufer, ja, in dieser Stellung hier würde die Engine direkt Dame A5 spielen, aber ich würde sagen, also ehrlich gesagt, könnte man, wenn man simpel spielt, auch mit Läufer D6 spielen, nur als Beispiel, vielleicht ist Dame A5 hier besser, aber einfach nur, um das mal zu verdeutlichen, dann kurz rochieren, Turm auf C, Turm auf B und laufen, laufen, aber hier Dame A5 zum Beispiel, okay, Turm irgendwie ins Spiel bringen, würde dann schon sehr, sehr schlecht sein, Springer B4 zum Beispiel und auf Springer schlägt E4, Dame schlägt A2 mit Matthrohung, ganz lustige Stellung, die ist ungefähr 7 Bauern besser, aber das ist, war jetzt also natürlich nicht bestes weißes Spiel, aber einfach mal als, als Beispiel, wie es funktioniert, so, wir wollen noch kurz, weil es auch theoretisch bleiben soll, also Springer F3 ist ehrlich gesagt häufigster Zug, aber ist nicht kritisch, jetzt schauen wir uns mal gegen Ende, die, in meinen Augen, beste, beste weiße Methode anzuspielen, nämlich Läufer D3 verhindert Läufer F5, heißt, unser Läufer hat nur noch G4, jetzt würde ich Springer C3 spielen, um Schwarz nochmal die Chance zu geben, was auch hier mit Abstand in der Spielerdatenbank der häufigste Zug ist, mit Springer F3 wieder in diese Stellung zu gehen, wo wir unseren Läufern ein sehr schönes Feld geben, ungefähr einen halben Bauer, besser steht Schwarz schon, einfach Karlsballer Strukturen, der Springer ist völlig deplatziert, wir entwickeln ganz normal, hochieren und spielen B5 und B4 und haben viel Raum am Darmflügel, bilden Schwächen und der weiße Hauptplan mit Königsangriff funktioniert hier nicht. Ja, bester Zug hier, also den, den ich, das wäre jetzt sozusagen das kritischste, was es gibt, was ich mit weiß spielen würde, übrigens ist die Stellung 0,0, also ausgeglichen, zeigt, wie stark das schwarze System ist, ist hier Springer CE2 und warum ist das so, weil jetzt können wir den Sprenger zwar fesseln, hier so, Läufer G4, aber nach F3, also, ist, ähm, ist der Läufer aktuell relativ schwach, aber ich würde trotzdem so spielen, ähm, wer hat so gespielt, zum Beispiel Grischuk oder Nepomniachi oder Nisipiano, ähm, und, ja, wir spielen Läufer H5 und der Läufer sieht schlecht aus, ist er aber nicht, was will er nämlich machen, genau, der will sich mit Läufer G6 gegen diesen hier abtauschen und dann, ähm, ja, der Tausch ist immer gut, Läufer, weißfeldriger Läufer, weil das eigentlich unser Problemkind, zum Beispiel hier irgendwie kurze Rochade, E6, da mit D2 zum Beispiel und hier kann man eigentlich auch das Tempo investieren, Läufer G6 spielen und als Beispiel Läufer G6, Bauer G6, jetzt könnte man sogar überlegen, hier auf Königsangriff noch zu gehen, müssen wir aber auch nicht, wir können auch einfach hier, zum Beispiel hier irgendwie Turm E1, wir können auch ganz entspannt einfach auch hier und vielleicht jetzt den Läufer sogar nach B4 stellen, B6 bestimmt auch nicht so schlecht, E7 gibt es auch und alle Figuren haben gute Felder und wir, wir wollen langfristig hier Minoritätsangriff starten. Ja, also, ähm, zusammengefasst ist dieses System hier gegen Jobava London wirklich auch meine erste Wahl im Langzeit, kann ich so sagen, wenn ihr meine Partien checkt, werdet ihr da was finden und, ja, macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Falls ihr Lust habt, ähm, auf, auf wirklich, ähm, gutes, gutes, persönliches Training mit mir in Gruppen zu einem günstigen Preis von unter 20 Euro die Stunde, dann schaut mal, ähm, auf den Link unten zum Video über das Thema Gruppentraining und schreibt mir eine Mail. Macht's gut, ciao! довольно RO Einkvreth Tschüss! So,